ja ja das letzte mal haben wir uns hier sehen da auf einer familienfeier war immer schön ja in dieser aula da wo der gefeiert wurde naja das sind ja die ganzen alten geschichten die hat ja hier der herr walter hat die ja zum besten gegeben permanent gibt der die ja zum besten ja die musik ja nicht auch noch jetzt erzählen alle ja ja das war nett aber das einfach vorbei die zeiten sind vorbei und kein mensch interessiert sich mehr dafür kein mensch so lange her und so veraltet guckt euch doch mal die bilder an von der schule von der albrecht haushofer schule da ist eigentlich eigentlich einiges renovierungsbedürftig ja die haben dann anbau gemacht haben sie gemacht aber der vordere bereich wo man früher rein ging das überhaupt nicht mehr zeit im mes ja da müsste eigentlich was passieren klar in euren erinnerungen ist es schön und ihr wollt dass das so bleibt ja man möchte ja die erinnerungen festhalten wenn man sich die bilder denn anguckt dann denkt man zurück das ganze leben ist eine erinnerung ja das dürft ihr nicht vergessen darum so wie hier heinz und siegfried dass ihr hier in haiensee lebt und auch die alten erinnerungen leben lässt leben lässt leben lasst ist schön ach gott ja ich hab so einen seltsamen infekt meine erkältung geht einfach nicht weg arbeitet haben acht millionen acht millionen deutsche haben diesen komischen virus in sich dass sie schon ewig erkältet sind nicht